Ich hasse es, dass ich so laut bin. Das ist mir so unangenehm. Bald schlagen wir ein neues Kapitel auf. Okay, man fängt auf jeden Fall nackt an. Gehört dein Ring nicht eigentlich an den Ringfinger? Vielleicht ein Hochzeitsring, aber... Ansonsten kannst du Ringe, glaube ich, tragen, wie du willst. Jeder Kill gibt Punkte, Chad. Ich bin noch reingezoomt. Ist es jetzt besser? Steh auf, du Elender, nah. Das kommt schein. Hm? Hä? Hä? Ist die andere alles... Er hat mich in die Knie gezwungen. Mir ist schwindelig. Ja, manchmal schreien die ein bisschen, Chad. Man muss einfach machen, dass sie aufhören. Sehr gut. Oh ja, manchmal reißen ihnen die Klamotten auf und dann sieht man hinten ein bisschen den Po. Geh rein da. Okay. Okay. Okay, okay. Die Gegner werden immer stärker und haben immer bessere Ausrüstung. Zwischendurch gibt es in der Dunkelheit so kleine Lichter, auf die kann man zulaufen und findet dann gegebenenfalls coole Waffen. Oh. Hä? Hä? Ach. Am schlimmsten sind Gegner mit Speeren. Die haben eine sehr große Reichweite. Zeit, dich von deinen Beinen zu verabschieden. Ah. Ich glaube, meine Waffen sind dafür nicht stark genug. Wir brauchen schwerere Waffen. Warum liegst du so da, als ob du mich verführen möchtest? Guck mal, wie in so einem Film, weil er am Leben bleiben will und Angst hat und jetzt immer weiter von mir wegkramt wird. Ich glaube, das sind so die Momente, wenn mir das gefällt, wo ich mir denke, vielleicht haben fünf Jahre Dead by Daylight doch so ein bisschen bleibenden Schaden bei mir hinterlassen. Das sollte mich nicht so erfreuen. Was ist los? Oh, das sind wir, by the way. Es gibt auch so einen Kameramodus. Warum blutet mein Arsch? Und warum liege ich auf dem Boden? Ist das die Rache? Was? Meine Kamera versperrt den besten Teil. Tut mir leid. Habe ich meine Beine verloren? Was ist passiert? Hämorrhoiden? Aber die sorgen nicht dafür, dass ich krabbeln muss. Ich kann auch angreifen. Aber halt nur so im Raupen-Style. Oh, ach so. Ich muss rückwärts laufen zum Aufstehen. Okay. Okay. Ich mach's schnell. Keine Sorge. Ich hab die Schnauze voll davon, gemein zu sein. So ist gut. Wenn so Bossmusik auftaucht, dann kommt ein Boss. Bossse sind auch Menschen, aber die haben dann besondere Rüstung und besondere Waffen an. Ich verstehe schon. Ich weiß nicht, ob ich die Mütze so sehr fühle, aber vielleicht besser als gar nichts aufzuhaben. Hm. Sollen wir den Pixel nehmen? Tut mir leid. Tut mir leid. Okay. Weiter geht's. So Stangenwaffen sind OP, weil die so viel Reichweite haben. Der kleinste Treffer kann ihn manchmal töten. Apropos Boss. Das wär nicht gut, wenn der aufsteht. Er darf mit der Sense nicht zum Angreifen kommen. Ah. Okay. Mein Dings klemmt in seinem Schritt. Wahrlich kein schöner Tod. Er zieht seine Waffe. Er will immer noch kämpfen. Du hast Ersatzwaffen dabei gehabt. Zwei Sicheln. Die sind wirklich schön. Die hätte ich auch gerne. Zeit zu gehen. Oh Mann, das wäre so viel cooler gewesen, wenn ich direkt getroffen hätte. Unangenehm. Bro, please. Hör auf die. Hör auf die. Fim. Oh mein Gott. Schuss. 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 Ist gut. Ist gut. Schuss. Alles gut. Okay. Jetzt hätte ich gerne seine Waffen. Das werfen wir ab, das alte. Das werfen wir ab. Eine Sense. Zwei. Äh, Sicheln. Die Sense ist da vorne. Ich sag mal so. Das sind ziemlich krasse Waffen. Wenn wir damit jetzt... Schnell rumlaufen. Bevor er aufsteht. Oh. Sehr gut. Kann ich den in die Hand nehmen? Brutal, Alter. Super brutal. Hm? Ja. Okay. Der Kampf war vorbei, bevor er angefangen hat. Oh. Hast du zugucken müssen? Okay, Chat. Mit der Sense kommt man ganz gut voran. Aber... Speere. Speere sind das Schlimmste. Auf Speere müssen wir tierisch aufpassen. Oh, meine Waffe. Okay. Und Rüstung wäre halt auch ganz gut. Der Typ, gegen den wir gekämpft haben, dem wir die Waffen geklaut haben, der Sensenmann, der hatte halt Rüstung. Der hat seinen Hals ges... Wir sind fast gestorben. So schnell kann das gehen, wenn man gegen Speere kämpft. Okay, ich bin in den Speere reingelaufen. Das war fast One-Shot. Okay. Schon wieder ein Speer. Uuuuh, gekontert. Hm. Ein Schwert. Sieht irgendwie schick. Oh. Hey, vielleicht breche ich heute meinen Rekord. Wie viele Punkte hast du? Also, wo sieht man das? Das sieht man leider erst, wenn man stirbt. Vorher hat man keine Ahnung. Je mehr Punkte man hat, desto... Das ist jetzt Bossmusik. Und der ist bestimmt nicht alleine dann. Die arbeiten zusammen. Vorsicht. Da sind die... Da ist die Verstärkung. Er darf nicht wieder aufstehen. Der kommt von zwei Seiten. Nein! Ich wollte weglaufen. Okay, 2100. Das ist denn die Z薄kträbend. wenn es sich normal Mobile aus你好 Fight. Ich habe sie langeaus Hund. OderConf его verwerten sie temporarily? Vielen Dank.